Der Stoffdach Roadster BMW Z5 dreht Testrunden am Polarkreis. Glaubt man den Gerüchten, soll der hier purer Fahrspaß werden. Anders als der ausgelaufene Z4, der eher luxuriös angehaucht war, wird der Z5 wieder ein echter Sportwagen. Das Vorbild ist der Z3. Die Zutaten klingen vielversprechend. Wenig Gewicht, Hinterradantrieb und bis zu 431 PS. Mit dem Z5 wird 2017 das erste Kooperationsmodell von BMW und Toyota präsentiert. Der bayerische Fahrspaß-Spezie und der japanische Massenmobilisierer arbeiten an einem Sportler auf gemeinsamer Plattform. Toyota ist dabei in erster Linie für die Elektronik und für den Hybridantrieb verantwortlich. BMW vertraut auf das klassische Stoffverdeck für seinen Roadster. Bei den Motoren setzen die Münchner auf die eigenen Aggregate. Als vorläufige Top-Motorisierung könnte der 340 PS starke Sechszylinder aus dem M240i zum Einsatz kommen. Womöglich stammen die Achsen des Roadsters vom Sportmodell M3. Ob der intern G29 genannte Z5 auch als echtes M-Modell kommen wird, ist noch nicht sicher. Ein möglicher BMW Z5M könnte jedenfalls vom 431 PS starken Motor aus dem M3-M4 befeuert werden. Präsentiert wird der BMW Z5 voraussichtlich noch 2017, bevor er dann 2018 zu den Händlern rollt. Die Preisliste wird wohl bei rund 35.000 Euro starten.